Moin Jungs, 80s back und willkommen zu 316. Folge Mainz Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben in der letzten Folge hier, damit man hier auch endlich mal gescheit hochkommt, diesen Weg angefangen bzw. fertiggestellt. Der ist zwar ein bisschen gefährlich, aber so sind Gebirgswege. Und der knüpft perfekt hier an den Weg an. Da ist mir das Wort kurz nicht eingefallen. Und perfekt geht es hier runter. Ich kann hier mal kurz ausleuchten. Das fällt mir gerade mal eben ein. Ich laufe hier durch in perfekter Dunkelheit, weil wir die Fackel in der Hand haben und die Helligkeit halt mitnehmen. Das ist gar nicht mal so dumm, hier endlich mal auszuläuchten. Das hatten wir eh mal vor, weil hier halt immer noch so Monster gespawned sind. Komischerweise, ich verstehe es auch nicht. Wir können dies wagen, in der Dunkelheit einfach zu spawnen. So. Wir haben halt jetzt mal Fackeln. Ich habe ja selten Fackeln, gebe ich zu. Da fackeln wir nicht lange rum. Bäh. Und machen einfach weiter. Ich habe jetzt fast das so, wie ich es gerne hätte. Und ich habe tatsächlich Hey! Keine Fackeln mehr. Komm doch. Lappenjunge, nicht getroffen. Okay, jetzt hat es getroffen. Ja. So dumm. Was habe ich noch? Ich habe noch ein Skelett im Auge. Weg. Mit dir. Du böser Wicht. Verschwinde hier. Kennt ihr das? Total witzig. Was machst du da? Das ist so ein Typ, der irgendwie so einen Briefkasten aufmachen will oder was? In so einem Wohnhaus. Und weil da halt in dem Flur halt oder in dem Treppenhaus so ein geiler Hall ist, haut der Typ erstmal den absoluten Opernsänger raus und beobachtet halt den Typ, der da das aufknacken möchte. Wir werden uns kurz mal in die sicheren vier Wände unserer, zick, oder? Unseres Baum, Bauernhofs begeben. Baumhauses. Moin. Damit ich euch kurz was erzählen kann, weil sonst komme ich hier zu nichts. Gehen wir mal kurz hier hoch. Also. Nur um meine Gedanken jetzt kurz zu ordnen. Ich habe etwas tatsächlich mal, worüber ich gerne mit euch sprechen möchte. Ich habe ein bisschen Gesprächsstoff vorbereitet. Könnte man sagen. Gehen wir jetzt trotzdem kurz pennen. Um den Monstern vorzubeugen. Weil die sind schon sehr nervig. So. Und zwar. Ich habe jemanden gefunden auf YouTube. Der ungefähr das geschafft hat, was ich sehr gern schaffen würde. Und zwar. Er hat 800.000 Abos. Darum geht es jetzt gar nicht. Aber er hat. Ah, guck mal hier. Die Biene. Findet ihr neues Zuhause schön. Das ist doch perfekt. Das freut mir doch ein Loch im Bauch. So. Er hat 800.000 Abos. So. Die so viele Abos haben. Das ist ja jetzt an sich komischerweise nichts mehr so besonderes. Heutzutage. Früher wäre es absolute Oberklasse damit gewesen. Heutzutage juckt es eigentlich keinen. Außer dich selber. So. Gefühlt. Also du bist jetzt du bist jetzt nicht kleiner YouTuber. Aber du bist jetzt auch noch hast halt noch keine Million. Auf jeden Fall. Das Ding ist so wenn du so überlegst das dauert ja in den meisten Fällen schon mittel bis relativ lang. Anders bei dem Kollegen den ich gefunden habe. Der Kollege hat sich gedacht man könnte sich jetzt mega viel Zeit dafür nehmen YouTube auf YouTube groß zu werden. Oder man könnte den Scheiß auch einfach Speedrunnen. und Kollege Schnürschuh hat sich gedacht ich Speedrunner weil sein Kanal ist erstellt im Juni diesen Jahres. Und die Zahlen je mehr Zahlen man davon vorliest desto banaler wird es eigentlich oder desto krasser wird es desto bewundernswerter wird es und ich will auch dass ihr das so versteht also ich gönne dem das zu 1000% weil ich verstehe wie schwer das ist weil es bei mir halt eben nicht so läuft und er hat es halt wirklich verstanden den YouTube Algorithmus und er wird dafür sehr gut belohnt also ich kann es euch mal kurz so darstellen gestern war Donnerstag ne quatsch heute ist Donnerstag gestern war Mittwoch gestern hat er 800.000 Abos geknackt letzte Woche Mittwoch vor einer Woche heute hat er 800.000 vor einer Woche hatte er 400.000 der hat in einer verdammten Woche seine Abozahl verdoppelt und gut wenn man jetzt 20 Abos hat dann geht das vielleicht noch relativ schnell aber 400.000 in einer Woche der hat glaube ich ein Video was unter einer Million Aufrufe hat ansonsten haben alle mehr eins hat 14 der hat jetzt schon wie gesagt im Juni den Kanal erstellt der hat 61 Millionen Aufrufe insgesamt ich habe 3000 irgendwas und ich habe 360 Videos oder noch mehr ähm also ne so viel dazu der hat es auf jeden Fall raus also der Hut ab mehr kann ich nicht sagen also der heißt Crafty also Craft und dann EE also so könnt ihr euch gerne mal angucken ähm für mich persönlich war der Content jetzt nix war mir ein bisschen zu überdreht aber wenn es euer Vibe ist dann gönnt euch ähm auf jeden Fall ich fand es halt extrem krass so einfach also das sind zwei Monate bisschen mehr und ich habe halt halt so ein Browser Add-on VidIQ da kann man halt generell mal so gucken wie so YouTube Videos was da so hinter den Kulissen mit abgeht auch wenn die auf anderen Plattformen irgendwelche Likes oder so haben das steht dann da auch zum Beispiel oder wie gut die vom SEO sind also wenn du danach suchst wie gut die aufploppen und so weiter das sind alles Sachen die einen als Zuschauer überhaupt nicht jucken und überhaupt nicht jucken müssen aber wenn du es halt selber irgendwie schaffen willst dann kommst du da halt eigentlich nicht dran vorbei und der Typ hat halt wirklich seine Hausaufgaben außerordentlich gut gemacht also besser kann man die eigentlich gar nicht machen der ist ein richtiger Streber könnte man sagen aber wenn das der Preis dafür ist dann bin ich auch bald ein Streber weil naja ist halt mein Traum so dann will man auch alles dafür tun oder wird man auch alles dafür tun keine Sorge ich brauche die nur um die zu vermehren nicht weil die da hässlich waren oder so auf jeden Fall ja ich weiß nicht also es kommt einem halt echt schon fast unfair vor auch wenn das ein blödes Wort ist weil erstens er nimmt dir ja nichts weg dadurch dass er erfolgreich ist heißt es ja nicht dass du nicht erfolgreich wirst kann ich okay nein kann ich nicht ja also von daher es ist ja nicht weniger jetzt für dich zu erreichen nur weil er so viel erreicht hat in so kurzer Zeit sollte dir ja eigentlich eher oder sollte einem ja eigentlich eher Mut geben dass es überhaupt erreichbar ist und dass es möglich ist innerhalb von einem Monat ein riesiger YouTuber zu sein also der wird diesen Monat sehr wahrscheinlich noch die Millionen knacken und dann hat er in einem in zwei Monaten beide Playbuttons gekriegt das ist das also mach das mal das hat Dream glaube ich ja noch nicht mal geschafft nicht in der Zeitspanne ich weiß es aber auch nicht den habe ich nicht verfolgt da bin ich erst später dazu gestoßen wenn ihr euch gerade fragt was habe ich hier eigentlich vor ich habe keine Ahnung ich bin gerade ein bisschen lost das ist ja nichts neues aber ja ich würde halt richtig gerne ein Haus bauen ich hätte so Bock ein Haus zu bauen Malaga aber ich wüsste auch nicht wo und was und wie und Peng das ist belastend wirklich wir gucken uns jetzt eine Stelle aus für ein Haus dabei kann ich ja weiter erzählen aber ja also wie gesagt ich würde gerne auf der Seite hier bleiben nicht auf die Seite vom Dorf wechseln auch wenn wir da natürlich unser unsere Villa haben was ich auch irgendwie cool fände wäre wenn wir einfach mal woanders hingehen aber ich finde es halt auch geil wenn alles so auf einem Fleck ist und dann halt auch alles verbunden ist mit so coolen Wegen und so weiter ich meine da haben wir ja schon die ein oder andere Stunde rein investiert in die scheiß Wege ähm ja ne hier habe ich mal Sand geholt oder Gravel geholt falls euch wundert ich wusste nur selber nicht mehr dass ich das hier habe dann war ich auch gerade ein bisschen erschrocken machen wir das mal eben zu wie schnell ist der denn jetzt gerade grün geworden WTF weißt du und da wo du haben willst dass es grün ist braucht der acht Jahre so gehen wir mal weiter ähm ja also das Ding ist halt natürlich ich weiß so Let's Plays sind von YouTube nicht mehr unbedingt gewollt und das sieht man ja auch vor allem ungeschnitten ne wenn du es jetzt halt zusammenschneiden würdest wenn du so Hermitcraft mäßig das machen würdest so Episoden habe ich ja auch schon letztens ein Monolog drüber gehalten das wäre mit Sicherheit nochmal besser vor allem weil die halt dann ja auch nicht jeden Tag kommen und YouTube da hat Pete Smith glaube ich auch letztens noch was zugesagt YouTube hätte halt lieber dass du ein bis zwei Videos die Woche machst und auch dass ich jetzt gestern für mich für euch schon ein paar Tage her ein neues Video zu Circuit Superstars gemacht habe ist halt an sich für YouTube schlechter ähm als wenn ich nur ein Spiel auf meinem Kanal bringe weil das halt dann nicht 100% der Leute die abonniert sind auch gucken würden oder gucken und das ist halt genau das was YouTube gerne hätte macht ja auch Sinn dass du einmal bis zweimal die Woche ein Video rausbringst was alle deine Abonnenten gucken das ist natürlich besser als wenn du 18 Videos am Tag machst die jeweils nur 5 Leute gucken wenn die Zahl bei mir tatsächlich relativ realistisch ist ähm so den hier hin wird jetzt tatsächlich das mal mit per Hand wegbuddeln weil das sonst viel zu schnell immer geht so Sand und fertig ich finde das Geräusch wenn man Sand abbaut ist richtig Satisfying keine Sorge ich weiß wie man das wirklich ausspricht ich finde nur das Meme so witzig bei dieses Video ist eigentlich ein lustiges Video automatisch ein Meme das ist eine richtige Boomer Frage aber ist es was gilt was macht ein Video zu einem Meme oder sind Videos und Bilder und was auch immer noch automatisch ein Meme sobald sie lustig sind Fragezeichen apropos Fragezeichen Like Abo würde mich freuen danke geht's auch weiter da bin ich auch immer noch unsicher ich weiß nicht soll ich jetzt wirklich ich finde es halt zum Beispiel nervig wenn ich selber so nach Abos und Likes frage aber das Ding ist halt es ist wichtig und ihr helft damit wirklich mehr als ihr glaubt natürlich am meisten helft ihr mit einem Like und überhaupt gucken und vor allem Video bis zum Ende gucken das kann ich euch auch mal so sagen also das Wichtigste für YouTube ist dass man wenn man das Video vorgeschlagen kriegt drauf klickt und dass man möglichst viel von dem Video guckt das sind die beiden wichtigsten Sachen also dass du du bist auf deiner YouTube Startseite da ist das Thumbnail und dann klickst du da drauf und das machen möglichst viele und dann gucken auch möglichst viele von den Leuten die da drauf geklickt haben möglichst viel von dem Video also möglichst lange das ist eigentlich das so das Ding ist es ist nicht schwer rauszufinden was YouTube haben will es ist nur schwer rauszufinden wie man das hinkriegt weil zum Beispiel meine meine Clickthrough Rate also die Prozentzahl der Leute die auch wirklich auf das Thumbnail gucken wenn sie es sehen die ist ziemlich gering und das sage ich jetzt nicht weil die die ist wirklich sehr gering die ist bei vier Prozent durchschnittlich natürlich manche Videos mehr manche Videos weniger durchschnittlich ist die bei vier Prozent ihr könnt euch vorstellen vier Prozent ist nicht viel vier Prozent von hundert sind vier Leute wenn ich hundertmal vorgeschlagen werde gucken das sind vier Leute das ist hart das ist dann dauert es halt und wenn dann von den vier Leuten einer das Video bis zur Hälfte guckt und alle anderen vorher schon ausmachen dann weiß YouTube halt okay das Video ist scheinbar scheiße das brauchen wir also niemandem mehr zeigen und naja das ist halt ich weiß was YouTube haben will ich weiß nur noch nicht wie ich YouTube geben kann oder wie ich Leuten geben kann das hört sich komisch an dass sie das auch gucken was ich mache also ich ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen so im Kopf die problematisch sein können ich hätte irgendwie Bock hier auf der Ecke zu bauen also jetzt habe ich sie ja so lange vorbereitet irgendwie weil du hast auch einen echt geilen Blick dann würdest du hier so den Garten machen wir würden ein bisschen von dem Sand weg machen einen Garten machen der nach da guckt und noch so ein riesen Glasfenster was nach da guckt ja okay wir haben die Stelle gefunden ich werde beim nächsten Mal weiter reden und dann werden wir auch anfangen zu bauen wenn es euch gefallen hat gerne ein Like und ein Abo da lassen wie schon gesagt gerne auch in die Kommentare schreiben was ich noch bauen kann was ihr für Vorschläge habt Verbesserungen Kritik alles mögliche ihr könnt mich auch loben habe ich auch nichts gegen fände ich auch schön danke fürs Zuschauen dann sehen wir uns morgen direkt in der nächsten Folge wieder macht's gut bis dann ciao ciao das hier ist mein Sommeranfang ich merke es geht langsam voran ich hab gute Laune getankt ich hab alles in meiner Hand